Hallo Freunde, für die weiteren Mapvorstellung. Heute ist die Schwarte Heim. Schauen wir mal rein und let's go! Warum nicht? Leute, mal eine dumme Frage. Was soll das? Und der Sonderangebot, na toll. Schwartenheim, Kiosk. Okay, wir gehen jetzt mal alles schnell durch. Wir stehen hier. Pizzeria. Kennen wir schon. Gut. Wir kennen ja eigentlich die Gebäude alle schon. Hier, NGZ, Schöneinander mit dem Ankaufszentrum. Kennen wir ja auch schon. Ich weiß, es ist dumm jetzt sein, aber es gibt ein paar Desen. Ich muss das Zeug wahrscheinlich irgendwie reindrücken. Äh, 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 äh. Bist du irgendwie geil, dass du sagen kannst? Nein, sie sind gut aus. Gut. Sawrei, gut. Ich kann ja wie gesagt, wie nicht immer sagen. Ihr könnt ja selber das erforschen. Ich will jetzt hier nicht... Äh, scheiße Dreck. Gebegreif! Ja, ding. So wird es gleich schwer. Keirost. Ich weiß nicht. wenn er gut und drei den mussten weiter groß sehr schön die seien die Zürde der Lerweck der Lauer ja ich habe ein Leidenschaft er kann da nicht mal das ganze zeit doch hier wenn ich immer bock alles durchzukauen dumme frage ist es ein schweizer denn ich kenne die robe doch so aus der schweiz die sauter wird es in deutschland schreibt es mal rein so können wir dann getroffen lager gott haben wir gesehen abgestempelt gut hier weiter im text die saulärm das ist saulärm Okay. Yay! Kommen wir schon. Bei Meilfäder. Im Sägewerk, im Sägewerk hat keiner mehr seinen Finger. Kennen wir ja eigentlich schon. In der selben Nachfrage. Wir können mal kurz gucken. Ja. Was ist denn, Zack? Hm. Aber überall fast jeder Map irgendwo, ähm, äh, äh, warte, der Map gibt's immer irgendwo, wo Mühlraum liegt. Das ist mir selbst seitdem oft aufgefallen. Ja. 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 Sehr schön. Na, tanke. Gut, gut. Ja. 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 Aura blöde Ding! Ja, da geht man ja durch, die Jogas hat laget. Große Hebe! Schönes Fass! Okay, interessant. Gut, war wir noch ein bisschen rum hier. Das hier. Okay. War noch ein bisschen rum hier. Das sind bald fertig. Okay. Okay. Ja, okay, wir sind fertig. ich habe ja aber jetzt ist das gesicht naja der recht wie gesagt selber kunden hat doch gewann hat lasst den fetten darum da schreibe in die kommentare wenn ihr das findet über die web schön so schön naja wenn du noch kein abonnent die städte abonnent wenn du ein abonnent ist wie dann geht die bergung der zeit ist mehr zu verpassen folgen wie das steht und entweder das ist in einem titelbild über mein abonnenten abonnenten die dieser montagela blitz im lager der schatten man dort schon vorbei sonst schau dass ich selbst wie ich das gemacht habe und schaue leute